Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht es gerade im Hintergrund schon, unsere Map Rock One ist am Start. Und Leute, was gibt es Besseres, als diese Map in Battlefront 1 zu zocken? Ja, nichts. Nichts, einfach nichts. Es ist einfach eine der Favorite Maps, muss man so sagen. Und ja, ich bin mega Hype, Leute, die jetzt zu zocken. Kurzes Update zu der letzten Runde, die wir im Livestream angefangen hatten, wo ich ja nicht weiterspielen konnte durch zu schlechtes Internet. Nicht meiner Seite schuld, sondern mein Internetanbieter ist zu inkompetent, mir ein richtiges Internet zur Verfügung zu stellen, vom Upload her. Deswegen, ja, das ist halt der Grund, warum halt der Livestream abgekackt ist und, ja, warum auch vielleicht das Gameplay ein bisschen beeinflusst werden kann. Aber in erster Linie geht es jetzt nicht um das, sondern es geht jetzt einfach nur darum, wir wollen hier spielen, Battlefront 1, beziehungsweise es ist eigentlich nur Battlefront. Und, ja, nicht nur das wollen wir spielen, sondern wir wollen es genießen. Und, ja, wir wollen auch mal gucken, dass alles läuft. Und, ja, es wird quasi jetzt auch ein Live-Gameplay ohne Cutting, ohne irgendwas, einfach so aufgenommen. Das heißt, selbst mit Abfacken und allem Pipapo, so aufgenommen. Und, ja, jetzt gucken wir mal, ob es hier läuft oder nicht, ja. Oh mein Gott, Digga, geil, hat schon wieder einer. Alter. Down. Jawohl. Nice. Da läuft der wieder, der hat uns eben gerade weggemacht. Jawohl, Hammer. Ey, Battlefront 1, Digga, liebe geht raus, einfach nur. Yay, was habt ihr für ein geiles Game mal gehabt früher? Digga, ist das geil. Gegen Battlefront 2 gar kein Vergleich mehr, Alter. Absolut abnormal, die beiden Games gegeneinander gestellt. Echt mal. Digga, das eine Game ist übel krass, Alter. Und das andere einfach nur so übel, so nebenbei-Game. Sowas, was man gar nicht so lieben kann, wie das. Ja, doch, man kann es lieben, aber nicht so hart, finde ich, wie das hier. Das ist einfach nochmal zehnmal besser, finde ich. Oh mein Gott, Digga, was ist da los? Was ist da los? Weg, 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 weg. Digga, was ist da los? Alter, wie konnte er mich anvisieren? Digga, hinter mir. Na, moin. Na, moin. Was ist denn da los? Warum sind die noch mehr? Ja, noch zwei Runde. Ich glaube, ich habe da nicht fertig gesagt. Dazu Update. Die Runde ist für uns, zu unseren Gunsten ausgefallen. Wir hatten Sieg gemacht. Und ja, jetzt sind wir in der gleichen Lobby immer noch. Und versuchen jetzt hier noch einen Sieg zu machen. Wer so, die ist halt, wie gesagt, neu startet, neue Runde, neues BeeperPo, Glück, bla, bla, bla. Wollen wir mal gucken, ob es auch hier läuft hier. Wir besitzen einen Kontrollpunkt. So, guck mal, ob wir hier auch einen Sieg bekommen. Guck mal. Dö, 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 dö. So, ein bisschen lauter machen. Hallo, Test, Test. Mal zu Test mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob es laut genug ist, aber ich habe es jetzt ein bisschen lauter gestellt, Mann. So, das jetzt nochmal weggemacht. Jawoll, Digga. So zieht es mal. Oh mein Gott, Digga. Der ist ja richtig rausgehauen worden, ey. Die Kanade ist ja mal richtig raus. Digga, was ist da los, Alter? Junge, der Tierjäger geht ja richtig ab, ey. Mann, Alter. Geil. Geil. Das Ding brauche ich auch. Ja, das hier ist noch besser. Boom, Digga. Da, hau das raus. Da sind sie. Oh, ich habe einen getroffen. Noch einen getroffen. Jawohl. Jawohl. Noch einer. Jawohl, noch einer weg. Da vorne ist einer. Haben wir auch. Hier unten sind noch Haufen. Jawohl, haben wir auch. Nice, Alter. Läuft ja mega gut, die Runde. Digga. Läuft, ey. Oh mein Gott. Werden fast alle platt gemacht, ey. Schade. Ah, richtig gut eingenommen dadurch. Jawohl, Digga. Weg immer. Der war sogar mein Mate, Digga. Von der letzten, also mein Partner hier. Oh mein Gott, Digga. Den hat er aber richtig reingelust. Tschüss. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Digga, oh mein Gott. Wieso? Ist das so geil, Alter. Früher konnte man, in Battlefront 2 kann man nicht mehr so viele Kills machen auf einer Stelle wie hier, Alter. Das ist Gameplay irgendwie richtig ausgeglichen, naja. Hier unten hingegen. Da drin ist er. Seh, da einfach mal weggemacht hier. Oh mein Gott, Digga. Was bei ihm los? Aha. Da ist wieder dieses Autokill, naja. Digga. Das Autokill, was jeder gehasst hat. Was jeden hasst. Beziehungsweise. Alter. Wie viele Gegner. Jawohl, Digga. Okay. Alter. Das ist geil. Ich hatte jetzt einfach mal Headshot, Digga, und er ist tot. Digga, was ist bei ihm los? Alter, das war gerade knapp, ey. Ich habe völlig falsche Tasche gedrückt. Na, moin. Na, moin, Digga. Läuft. So, wahrscheinlich hier den Point abholen. Oh, Truppschild, Digga. War irgendwie klar. Digga, ich habe ihn irgendwie an die gleiche Stelle wie der eben stand. äh, positioniert, oder? Moin, moin. Jawohl, Digga. Noch ein Kill. Oh mein Gott, hinter mir auch, Digga. Was läuft bei ihm, ey? Ach, alles klar, wie viele auf einem Punkt sind. Wäre so ein schöner Multikill gewesen, wenn wir jetzt alle da auf einem Point gekillt hätten, ey. Menno. So, jetzt darfst du noch raushauen. Oh mein Gott, Digga, den haben wir auf Blödsinn gemacht. Oh Mann, komm, gönnen. Ach, Digga, Alter, nur ein Assistenzmann. Da ist er. Was ist weg? Digga, wo... Ey, Junge, wo sind die überall nur? Die sind so schnell nachgespawnt, Alter, das ist ja übelkrank. Mann. Jawohl, Digga. Erstmal ein Healer ausgeschaltet. Läuft doch. Leider gibt's ein Battlefront 2 das nicht mehr, ey. Mit diesen Sondereditionen, ne. Gab ja mal so zum Geburtstag und so. Gab's Bagda-Granate. Ja, das gibt's heute alles nicht mehr, ey. Das ist so schade. Ach, Digga, das ist so lächerlich, die E3, ey. So lächerlich. Junge, Digga. Digga, moin, Roseli. Ach, moin. Da war ich ein bisschen zu schnell, ne. Oh, Digga, das war ein Fehler. Alter. Ganz herz, immer so schnell vorbeig, ne. Jetzt kommen wir einfach nicht weiter. Oh, lächerlich, Digga. So lächerlich, dass er abfängt zu faken, Alter. Nur weil er es nicht hinkriegt, Digga. So lächerlich, ey. Echt, Mann. Gibt's doch nicht, ey. Leute, es gibt's doch nicht. Digga. Es sind so viele Gegner, Alter. Hier kann man denn auch nicht einachten davon. Ach, ja, moin, Digga. Voll versaut. Imperiale Einheit in der Zone. Glaub ich so lange am Kreis, Digga, bis ich tot bin. Soll ich mal wirklich machen, Digga. Ach, wie lange brauche ich wohl? Wie viele Runden schaffe ich? Fünf oder doch 50? Ja, Sieg, Digga. Was? Alter, Sieg. Lol. Wir haben das noch gewendet, ey. Läuft. Läuft. Leute, was geht denn da ab, Mann? Was geht denn da mal ab? Moin. Also, ihr wisst auf jeden Fall, ihr habt das Gameplay ja gesehen, ne? Moin. Aber bestes Gameplay wieder mal. Also, das ist echt gegen Bedfront 2, Digga. Ach. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Wirklich. Bedfront 2. Kack irgendwie gegen Bedfront 1 richtig ab, Alter. Gefühlt schon, Leute. Gefühlt schon. Naja. So sieht's aus. Eine 10 Minuten Runde läuft doch. Ja, hier geht's nicht mehr weiter für euch. Für mich schon. Deswegen würde ich sagen, abonniert doch den Kanal, damit ihr nicht weitere Live-Gameplays verpasst. Beziehungsweise, damit ihr nicht weitere Sachen verpasst. Und, äh, ja. Auch die Glocke aktivieren natürlich nicht, damit ihr's definitiv nicht verpasst. Und, dann natürlich noch, äh, ja. Ein Like da vielleicht noch ein Like da lassen. Ja, Moin. Äh, für, ja. Eine gute, äh, Bewertung. Moin. Ja, sowas von Lust. Ja, man merkt, ich brauch Schlaf. Auf jeden Fall. Ja, haut rein, Leute. Habt einen schönen Abend, schönen Tag jetzt noch. Und, natürlich, eine schöne Woche noch. Und, einen schönen, ja. Einen schönen, entspannten Tag noch. Dann haut rein. Ciao, Leute. Wie gesagt, Like nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke, ciao. Und das nächste Gameplay seht ihr im nächsten Wochenende oder so. Haut rein. Ciao, ich bin raus.